Ein Organix. Drachenkralle, Mikrolaser. Das sind Waffen, die auch wieder Fassungen haben. Leider haben sie auch einen guten Preis. Ich will das Organix für uns auf alle Fälle haben. Das Gigaamband gibt es nur einmal, aber wir behalten es mal. Das Magieamband ist 6000 wert, aus Gründen, die ich euch gerne noch zeige. Das Runenschwert kann weg, der Valkanblaster auch, der Bohraarm kann weg, der Schwer, die Schrotflinte, die Goldanbänder, die Carbonreife, der Oren nicht. Die Nagelkolle können wir auch verhökern. Prismenstab, Silberbüchse für Tigerzahn, den Elenreif auch, den nutze ich sowieso nicht. So, dann können wir uns noch vielleicht zwei Waffen leisten. Ich denke mal noch die Drachenkralle für Lisa mitnehmen und die Mikrolaser für Mr. T. Dankeschön. Ja, das ist 62 Stärke. Das ist schon besser hier. Die Drachenkralle ist ja schwächer, aber davon haben wir wieder Slots für Noteria. Die wir jetzt aber noch nicht ausrüsten müssen. Das hat noch keine Eile. Hallo und? Wuff, 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 ja. Oh, ein Snowboard? Hi. Kätzchen. Das sollte eigentlich nicht möglich sein, sowas hier, ne? Ach, wie wir das Snowboard haben. Und das Snowboard kriegen wir auch. Was haben wir hier so? Hm, ist das eine Karte der Umgebung? Gucken wir die mal an. Sieht doch eine Kretscherkarte aus, ne? Ja, wir klauen uns eine Karte und keiner sagt was dagegen. Und hier gibt es noch einen Helmentrank und Impfstoff. Hilfreich. Die Katze sieht man fast gar nicht. Oh. Interessant. Auf die Vakierung ist also der Fuß der Geiersklippen. Wer bist du? Na, ist fast unmöglich, die noch ganz so eine Karte zu erreichen. Ich hab sie schon eing... Ja, ich hab sie schon abgerissen. Tut mir leid. Der alte, erfahrender Bergsteiger. Okay. Ja, lass mich doch hier durch. Katze, bitte, danke. Gehen wir mal ins Hotel. Gibt es da sicher auch noch irgendwas für uns? Buckliger Hügel in der Stadt. Okay. Ja, so eine weitere Reise und dann das. Heute ist es kälter als sonst. 200 Geld zum Überlachten. Ja, warum nicht? Wir haben ja so ein bisschen was. Wie viel haben wir eigentlich? Na, knapp 2000. Das reicht noch aus bis zum nächsten Ort, wo wir hin müssen. Was ist das? Ja, das ist Feuer. Das hält einen Raum warm und so. Was ist denn hier gelandet? In einer Bar. Hey, Alter. Eine Schneeschraube, die warme Quellen hast. Ob da was dran ist? Ja, ich bin auch so ein bisschen stark. Ähm. Ja, bitte. Ich erzähle etwas. Ja. Entschuldigung auf die Nerven. Hm. Ja, wir haben voll in den Norden zu ziehen. Die Karte habe ich mir schon geklaut. Et cetera, et cetera. Altes Volk. Ja, ja. Oh, interessant. In dieser Stadt lebte mal eine vom alten Volk. Von Schindere entführt. Hm. Woher kennen wir das? Hm. Vielleicht nur ein Zufall. Aber redet ihr euch? Doris Haus, ne? Die Geschichte von Elmira. Das Doris aus einem Forschungslabor leer gelaufen wäre. Ja, ja. Was haben wir hier? Scheinbar nichts. Und hier geht's in den Keller runter. Und da liegt was. Na. Darum. Ein Turbo-Äter. Weiß hier nix. Komisch. Sieht aus wie das Haus in den Bereichen der vergessenen Stadt. Interessant. Vielleicht kommen wir da später nochmal hin. Dann schauen wir uns das Häusle mal genauer an. Hi. Aber da wird es ganz steil. Ich gehe trotzdem. Leute? Ne, ne. Na, von den Turks. Na super. Was will die denn jetzt? Verdammt. Nicht kämpfen. Nicht kämpfen. Nicht kämpfen. Nicht kämpfen. Sie lässt uns nicht weiter gehen. Nun, wir stehen schon weiter vor ihr. Ja. Oh, da gibt's ein Geheimnis. Muss wichtig sein, wenn's groß geschrieben wird. Und wir haben's eigentlich nicht so zugerichtet. Nein. Oh ja. Früher noch verarschen. In solchen Spielen. Das sind tolle Besetzungen. Ja. Und jetzt? Was einprügeln? Viel Spaß. Beim Wegrollen. Ich mach diese Szene. Die ist witzig. Ja, die waren arg schwächlich. Aber wenn wir runter wollen und nicht wirklich, ähm, ... Ich glaub das war hier, ne? Ja. Wir brauchen ein Snowboard. Und er bekommt es nie zurück. Der Jogo wird sein Snowboard niemals wieder sehen. Nun denn. Jetzt müssen wir genau drauf achten, was wir wo tun. Dieses Minispielchen ist nämlich nicht unbedingt einfach. Das ist bremsen und das war springen. Ja, okay. Und die Steuerung ist genauso schwierig, wie das Spiel nicht einfach ist. Das ist doch nicht wofür diese Ballons da sein sollen. Hab ich bis heute nicht verstanden. Ich weiß, wir wollen hier zweimal euer Abzweigung rechts zu lang. Ja, die Steuerung ist furchtbar. Und das mal so zu sagen. Ich will den sehen, der hier ohne anzustoßen oder umzufallen durchkommt. Das gilt gar nicht. Naja. Ich lieg's doch nicht wirklich darauf an, perfekt durchzukommen. Ich hab einen bestimmten Weg abzulaufen, um was Bestimmtes zu bekommen. Hier im Gletscherbereich. Oh Gott. Diese Steuerung ist furchtbar. Absolut furchtbar. Und dafür, dass wir hier mit fast 50 km h runtersausen, ne. Also, wenn die uns da nicht erfrieren werden. Erfrieren werden? Naja. Wenn wir da nicht erfrieren und irgendwann, wenn wir mal ankommen im Gletscher. Ob ich auch was da passiert, ne. Neunzig. Was für ein Mördersprung. Huiiii. Huiiii. Ähm, ja. Soviel zu Speed aufbauend. Ja. Man kann dieses Snowboarding auch im Goldsauce halt im Wundersquare spielen, aber. Es lohnt sich eigentlich nicht unbedingt. Es gibt bessere Spiele dort. Wo in die P zu kommen. Machen wir vielleicht irgendwann mal. Jetzt mal müssen wir hier in Halle ankommen. Und gerade hier bei den Bäumen nicht irgendwann zu stoßen ist sehr schwierig. Ja. Seht ihr. Haha. Ich hasse dieses mini-Spiel. Ne. Man hat ja kaum Chancen daraus zu weichen. Bei Strömung auch teilweise richtig hakelig ist. Naja. Mir ist auch vollkommen egal, ob ihr das hier besser könnt oder nicht. Nur so mal nebenbei. Gesagt. Gut. Wir haben ein paar Tannen umgerissen. Weiter geht's. Ach, ganze Steuern. Ne. Dies. Wir machen diese komischen Schneehüder da oder Pinguine oder was so sein soll. Ich hab keine Ahnung. Oder Pinguine oder Roten. Ja, wenns so. Hier waren wir rechts lang. Auf alle Fälle. Und dann beim nächsten nochmal rechts lang. Alles vereist hier, ne. Ich muss aber zugeben, ich würde hier von Gälder mal einen Speedrun sehen. Ah, rechts lang, rechts lang. Fast verpasst die Abzeugung. Was sind das für Viecher hier? Mokris oder was? Ach ja, hier können wir nicht durchfahren. Durchborden, wie auch immer. Ach, Kotsch, das ist furchtbar. Diese Abzeugung hier ist grausig. Wir wollen hier lang, aus Gründen. Sind wir da, wo ich hin wollte? Bitte, bitte. Jahu, sehr gut. Das ist gut. Wir haben es irgendwie geschafft, ja. Allen geht es gut, wunderbar. Wir sind ziemlich weit gesprungen. Ja, wir frieren wirklich, wenn wir hier länger bleiben. Gut, die Karte. Da bei dem Haken ist das Haus, wo wir hinwollen später. Wo wir es genau sind, weiß ich aber auch nicht. Ja, es gibt ja auch Kämpfe. Stimmt. Und das hier sind ganz besondere, interessante Gegner. Gefrorene, gefrorene Nagel, heißen die. Der hat nicht so ein paar bestimmte Techniken, die sie anwenden. Ich habe verfehlt. Ich habe verfehlt. Toll. Komm schon. Erstmal kommt den Kometen aufricht. Er ist tot. Ja. Absolut tot. Feuer 2 wird die beiden nicht umbringen. Nee, kein Stück. Und schon wieder verfehlt bei der Beinpulation. Und soll vielleicht nachher noch was ausrüsten, was die Materie angeht. Die wollen sich mal manipulieren lassen. Zit, zit, zit. Das probieren wir jetzt noch einmal. Wenn es halt nicht will, dann eben nicht. Nee. Dann eben nicht. Dann töten wir das Vieh. Ich will jetzt mal hier lang. Nein, das ist der falsche Weg. Wir können nämlich ganz stolz zum Gletscher wieder rauskommen, wenn wir hier unten landen. Aber das möchte ich nicht unbedingt so flott. Und auch hier lassen wir uns nicht zu viel Zeit. Wir wollen nämlich ein bestimmtes Gebiet erreichen, von dem aus wir in ein Gebiet reinkommen werden, was es sonst nicht alles gibt. Auf dem Weg, ne. Und auch hier liegt irgendwo was am Rand des Weges herum, meine ich. Auf diesen... Ja... Parallelen Wegen, wie sag ich mal. Einfach... Oh ne, die Fetzer, die sind das, die wir angreifen müssen oder manipulieren für die bestimmte Attacke. Wo wir jetzt gerade sind, sind wir glaube ich schon richtig, was eine bestimmte Materie angeht. Ich sag's ja auch bestimmt. Bestimmt, ja. Wir müssen nämlich jetzt rechts oben lang, um zu einer Höhle zu kommen. Die doch wichtig ist. Ich hoffe, wir schaffen das rechtzeitig. Denn sobald man hier eine bestimmte Zeit lang... Oh Gott, das ist schwierig, aber stimmt. Ne. Dann sobald man hier eben eine Zeit lang durch die Kälte läuft, kollabiert man und wacht dann in der Hütte vom Holzfäher auf. Und hier wollen wir nach links, meine ich. Ich glaube, wir sind hier richtig. Aber beschwören würde ich's nicht. Ich würde mal die... Weghilfe anschalten. Die ist nämlich recht wichtig. Und hilfreich. Lass mich doch mal hier weg. Bitte. Lass mich hier weglaufen. Ich habe keine Zeit für euch. Danke. Dennoch Kämpfe zielen jetzt den Zeitbereichen, was das Erfrieren angeht. Ich glaube, hier in die Mitte. Stimmt das? Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich hier langlaufe. Man sieht ja auf der Karte auch nicht, wo man gerade ist. Das wäre ja sogar noch hilfreich. Ich will nicht den Erfrierungstod. Kältetod, wie auch immer. Immerhin können wir hier relativ gut flüchten. Das ist hilfreich. Das ist eine Höhle. Ein Elixier. Und das ist so ein kleiner Trick hier. Oh. Jetzt habe ich mich natürlich verbockt. Wer seid ihr? Magnade. Ich will dich töten. Jetzt muss ich mich damit um Klingelstrahl. Mir sollte doch ein wenig Balken zur dritte. Mist. Puh. Dann hole ich halt ab. Ihr könnt mich mal. Dürfen wir flüchten, bitte? Danke. So, jetzt gehen wir mich hier raus. Und wieder rein. Und können wir uns doch ein Elixier holen. Und das könnte man ewig weiterführen. Weil man nicht die Textbox wechselt, sondern einfach rausgeht. Ähm. Ich glaube, ich will da unten lang gehen. Wo seid ihr? Lesser. Lesser Lobblot. Okay. Und ich sollte mich vielleicht mal heilen. Das könnte ja nicht schaden. Vielleicht töten wir. Und Mr.T nimmt sich mal ein, ne? Nicht Giftmüll. Wo ist ein Gegengift? Habe ich kein Gegengift mehr? Kann es sein. Ha. Tatsächlich. Von eben nicht. Ich will mich wirklich ungern ewig langen Klimfen aufhalten. Das geht alles von der Zeit ab, die ich durch die Kälte laufen muss. Und so viel Zeit haben wir ja wirklich dicht. Das war nur ein Level ab. Ich gebe es nur, glaube ich, nach rechts. Unten? Es gibt irgendwo eine heisse Kälte, die ich finden muss. Und gerade hier will ich jetzt eine Sache wie Gegner 0% aus Final Fantasy VIII sie erschätzen. Nein, wir sind... Verdammt. Wir sind im Kreis gelaufen. Ganz toll. Das ist natürlich keine Zeitverschwendung, ne. Und hier ist übrigens ein Schnee. Ich bin es aber nicht interessiert. Das sind nicht die Schneefrau, die wir suchen. Wenn wir es halt nicht schaffen sollten, dann... Na. Dann gibt es eben nicht das, was ich haben will. Ihr seht übrigens, durch die Eisteilung wird es bis zur Tiege heilt. Das sieht nur am Wasserring. Und der Wasserring absorbiert auch Eis. Und ich werde trotzdem mal... Heilung einsetzen. Und ich werde trotzdem...